Okay, so, dann müsste ich nach da und ab da fängt die Questreihe an. Ich habe hier nur, muss man auch sagen, nur mit der Allianz gequestet, nie mit der Horde. Also wie es hier so im Horde-Zentrum ist, weiß ich nicht. Ich weiß ja nur, dass zum Beispiel da oben, ja, die Stadt der Menschen war. Bisschen müde, ja, bin ich auch. Habe ich jetzt eine Quest übersehen? Das wäre jetzt nämlich ziemlich bitter. Alles scheiße, aber den Ring nehme ich gerne, nein, die Brust, gib mir. Sieg für Sylvanas. Ich bin ein ganz Ohr. Aha, 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 ja, 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 ja. Hey, Leute, 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 ich will mich ja nicht, äh, ich will mich ja nicht hier so ein bisschen aufdrängen, aber das ist meine eigentliche Quest und ich werde hier die ganze Zeit am Laufen gehalten. I'm just saying, ne, ich möchte eigentlich weiter jetzt nach vorne gehen als diese beschissene Kacke machen. Aber wir müssen alle Quests machen, um die Erfahrungspunkte einzustauben. So, was soll ich machen? Fast nahe aufgestellt? Alles klar, ah, ja, 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 das ist, das ist okay. Okay, bin ich, äh, bereit, das auch noch zu machen? Sind ja nur Arbeiter und ein paar Fässchen aufstellen. Sollte nicht so schwierig sein. Die bewerben mich ja nur mit ihren beschissenen Kackschuhen hier, die ja da Schuhe auf die Fresse bekommen. Nicht gerade, nicht gerade cool, Schuhe auf die Fresse zu bekommen. Hast du nahe der Windmühle? Ist es nicht nahe der Windmühle? So, ah ja, das ist jetzt nahe der Windmühle. Gut. Jetzt wissen wir auch, was nahe der Windmühle ist. Jetzt hör mir ja auf, mit den beschissenen Kackschuhen zu bewerfen hier. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich glaube, er spürt, es hackt bei euch hier. Mit den Hackepeter. Nee. Du wirst deine Schuhe nicht werfen. Oh, du Bastard. So, ich scheue in der Inneren. Ach, der hat es nicht geschafft. Ha. Da hat es mal einer nicht geschafft, sich seine Schuhe auszuziehen und auf mich zu werfen. Das hättest du wohl gern. Ich kann das noch nicht winken. Okay. Du hast es versucht. Du bist gescheitert. Aua. Das ist doch weh. Wie kommt... Wat? Zwei neue direkt? Das ist nicht meine Herausforderung. Ich kann das noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, schnell heilen. Bam. Hier im Haus eine aufstellen. Check. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Check. Und jetzt hier nahe der Speichers, ne? Ja, das Getreidelos des Speichers ist ja fast dasselbe. Fertig. Ich habe kein Ziel. Hast Glück gehabt. Hättet ihr beinahe die Fresse poliert. Motherfucker. Ich hasse es, wenn man mir Schuhe auf den Kopf wirft. Wirf niemals Schuhe. Wirf mir niemals Schuhe auf den Kopf. Es endet nicht gut für euch. Sage ich nochmal so. Äh, nett gesagt noch. Mann, jetzt lasst mich doch im Ruhe. Seid doch froh, dass ich eure Leben verschone. In der Agro-Range sollten die echt mal was machen. Das ist mindestens im nächsten Add-On. Über das nächste Add-On haben wir schon geredet. Nein, wir haben über das letzte Add-On geredet. Aber. Eine Agro-Range-Verkleinerung wäre mir lieb. Was benötigt ihr? Was jetzt? Keiner, der was von mir möchte. Niemand, der mir irgendwie eine Folgequest wieder auf die Fresse haut. Die dunkle Fürstin schützt ein. Außer der da. Blut und Bernd. Ja, das ist ja nicht schlimm. Mich beim Außenposten zu melden, das hatte ich sowieso vor. Okay, da okay. Was haben wir da bekommen? Unterbricht das Wirkung von so... Ach, cool. Ein Stunner. Das kommt direkt hier so hin. Neben Wiederbeleben und Läutern. Muss ich jetzt nicht immer die Leute mit Faust der Gerechtigkeit zum Schweigen bringen. Das funktioniert jetzt auch scheinbar aus so. Stehen uns neue Dungeons offen eigentlich? Das wird mich mal... Ja, Düsterbruch. Ach ja, Düsterbruch. Ist auch noch so einer der längeren Dungeons, ne? Kann man ja eben kurz demonstrieren. Äh, wo ist denn Düsterbruch? Düsterbruch. Düsterbruch. Hier. Ich sag auch nur. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Elf, zwölf. Dreizehn, vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Ist ja nicht wenig, Leute. Das muss man ja gesagt haben. Das ist Pipifax. Das ist ja nichts. Aber das fand ich damals cool. Dungeons, die richtig, richtig lange waren. Also, oder wirklich... Um die ganze... Also, für Düsterbruch, ganz ehrlich, kann ich dir jetzt schon sagen, oder kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr die komplett durchhaben wollt, also von Anfang bis zum Ende, je nachdem, wenn ihr es flawless macht, ohne groß sterben und so, zwei Stunden, wenn ihr versagt, kann ich euch garantieren, wird das ein bisschen mehr. Alles klar. Wir sind jetzt hier angekommen in Andohai. Ja, den kenne ich. Das ist ja... Was geht's? Das ist ja von... Der Gegenspieler von der Allianz, diesem anderen Kumpel da. Geleitet euch wohl. Ein andermal. Hoffentlich ist das wichtig. So, wir sammeln jetzt mal alle Quest auf. Hallo? Tschüss! Ein Lab Lab, würde ich sagen, machen wir noch und dann mache ich eine kleine Aufnahmepause. Wir sind ja scheinbar im Krieg. Ist ja nichts Neues. Ich bin von denen verlassen. So, den Fetty muss ich auch noch töten. Was ist? Wo ist Exorzismus, wenn man den braucht? Ich habe ihn schon in Tristessa vermisst. Jetzt hätte ich ihn umso mehr noch gebraucht. Leider kriegen wir das nicht. Es ist leider sehr schade. Okay, was haben wir hier noch? Und tschüss. Läuft ja ganz gut voran. Die sterben ziemlich schnell. Ich muss noch Bomben legen und... Irgendwas anderes. Das lädt immer noch auf. Es ist ja witzig, dass wir nicht mal unsere eigenen Männer unter Kontrolle kriegen. Ich würde ja sagen, dass Skelette und diese komischen Ungeheuer zu uns irgendwie zählen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht sehen. Weil sie tot sind. Da, wo Gehirnmasse sein sollte, ist halt leider nichts. Traurig, aber wahr. Okay, ich brauche noch zwei... Ich brauche noch... Was? Ich wollte nett sein und dir hier aushelfen, aber jetzt habt ihr euch scheinbar gegen mich gestellt. Das war eine sehr dumme, nicht kluge und... Ja. Eine Sache, die du jetzt bereust. So, ich müsste mich mal heilen. Und jetzt können wir weiter. So, genau, genau. Bekämpft euch gegenseitig. Dagegen, dagegen sage ich nichts. Da könnt ihr... Das könnt ihr gerne machen. So, Konkurrenzkämpfe dagegen habe ich nichts in allgemein. So, die Fettis sind tot. Noch einen von denen hier und dann sind wir auch durch. Dieser Zauber ist uns nicht bereit. Perfekt. Und jetzt zu denen, wo wir hin müssen. Ach, das liegt sogar nicht mal hier vorne, sondern hier hinten. Knochen... Was? Knochen... Anismus... Der Geist ist übersächert, der Kloppe... Alles klar. Au! Oh! Oh! Flappi, die Dinkel! Äh... 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 Wenn ich hier den kleinen Blitzer schnell hatte. You fucking what? Die already, man! Alter, da hatte ich echt Glück, dass ich gerade diesen kleinen Knochen-Sauser hatte. Den göttlichen Sturm. Äh... sonst wäre das dumm ausgegangen. Die haben mich ja umzingelt und verprügelt wie ne... wie ne... keine Ahnung. Mir fehlt gerade der Vergleich zwischen Knochen und Blutheilten. Das ist... vertraut niemandem. Ja? Wir werden unsere Rache bekämen. Ich hab nicht ewig Zeit. So, was haben wir hier noch? Oh, das ist gut. Die Dunkel führst den Schützen euch. Was willst du noch von mir? Was? Morgen ist auch noch ein Tag. Du hast es erraten. Ich finde, seine Einstellung ist wenigstens... etwas angenehmer. Er sagt es, wie es ist. Okay, holen wir uns erstmal den richtigen Anführer und dann halt, äh... Ach. Ja, okay. Hier, komm mal her. Hier. Schlag in die Fresse und dann flappe die Dinkel. Du bist tot. Hier, Faust in deinen Arsch. Gut, damit hätten wir den einen und haben den Kristall. Bam. Flawless Victory. Dann ist hier der eine in dem Dings drinnen, ne? Ja, das ist dieser... Der Ravinia. Der hässliche... Ich kann das noch nicht rufen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und alles, glaube ich, Gegner, die dann in Shulomanza auftauchen werden. Oder war das, äh... Stratholm? Ach, hier ist Dunkelmeister Ghandlik. Guten Tag, Mr. Anderson. Nope. Verkneift dir diese kleine Sache? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. It's you and me. Du kleiner Pimmler. Oh, shit. Help me. Genau, den meinte ich ja. Tassarion. Tassarion und hier. Und Coltra sind ja so kleine Gegenspieler. Naja, die kleinen Gegenspieler. Kann man hier noch einen kleinen Talk mit denen haben? Coltara, ich hatte Gerücht gehört, dass ihr hier in Lordaeron wart. Ihr habt richtig gehört, dass er nicht wollte euch eine weitere Gelegenheit bieten, mich zu töten. Er lacht. Es sieht so... Es sieht aus, als würde es so kommen. Ja, vielleicht, aber nicht heute. Ja, die Geiste besiegt es, plane ich meine Truppen zurückzuziehen, um sie neu zu formieren. Ich verstehe, dann werde ich es auch so halten. Aber ihr müsst euch über eins bewusst sein, Coltara. Wir sind nicht länger Brüder. Ihr seid jetzt ein Mitglied der Horda, und ich gehöre der Allianz. Schließlich werden wir in der Schlacht um Anderhol kämpfen und nur einer von uns beiden kann der Schlacht als Sieger verlassen. Siehst du, das sind Brüder, sogar noch besser. Ja, ich weiß und glaub ja nicht, dass ich sanft mit euch umgehen werde. Und er lacht wieder. Was ist daran so witzig? I don't get it. Sehr gut, ich freu mich drauf. Und dann flüstert ihr mir was. Ihr dürft niemanden über das Abkommen sprechen, welches heute getroffen wurde. Er betrachtet dies als Befehl eures direkten Vorgesetzten. Natürlich nicht. Brüder kämpfe. Ich würde herkommen und euch anfeuern. Einen von euch. Den, den ich am meisten mag. Oder der, der als Sieger hervorgeht. Beide Möglichkeiten sind nicht abwegig. So. Gehen wir mal alles hier ab. Ich höre zu. Fürs Erste. Wir sind hier fertig. Das und das. Level ab! Es gibt noch viel zu tun. Ne, da geh ich nicht hin. Oder vielleicht doch. Ah, du lässt mir keine, weil ich tue es. I do it. Ich glaube, das ist noch das Letzte, was ich machen werde. Und dann, äh, machen wir eine Aufnahmepause. Und diesmal wirklich eine Aufnahmepause. Gibt es jetzt irgendwas, wo ich rein kann? Oh, Dame ist gelb geworden. Hm, Düsterbruch. Nichts Neues. Gut. Fliegen wir mal schnell zurück. Geben die Quest ab. Schauen, was es für eine Folgequest geben wird. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Aufnahmepause. Für heute haben wir mal wieder genug getan. Denn wir sind schon gut, wir sind schon ziemlich heftig gut, äh, in der Zeit. 37. Wie lange haben wir schon gespielt? Sieben Stunden, fast acht Stunden, kann man schon sagen. Das geht. Das ist nicht viel. Okay, gehen wir ab. Hier, bitteschön. Ich bin verlassen. Und wieder zurück, ne? Ja, Lager des Scharlachrückenkreuzdurchsucht. Ach, wir müssen ein Lager durchsuchen. Raus damit. Moment, dann verkaufen wir eben noch schnell. Mein Inventar ist mal wieder voll mit Krempel. So, und ich würde dann sagen, und das auch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play WoW Blutelfen Paladin 1 bis 100. Bis dahin, siehe Leute. weiter.